. . Hereinspaziert, hereinspaziert! Im Circus Pomponelli sehen Sie den einzigen Elefant, der einen Handstand auf dem Rüssel macht. Sie sehen das einzige Rosse auf dem Altwochen lachen. Sie sehen den einzigen Eisbär, der frührt im Winter. Und tausend andere Sensationen! Im Circus Pomponelli erleben Sie den grössten Zauberer, der es gibt! Der Go-Go-Guru-Guru! Und die herzigste Seiltanzerin, die Sie je gesehen haben, mein Töchterli Gabriela! Hereinspaziert, meine Herrschaften! Alles geht in Circus Pomponelli! Vater! Vater! Ja, Gabi, mein Töchterli, was willst du? Ich sollte ein paar Batschen haben, Vater. Ich muss doch für unseren hungrigen Elefanten Heugen kaufen! Und einen Sack Habe für das Hoss! Und auch ein paar Fische für den Eisbär! Ich sollte auch Geld haben, Gabi, aber ich kann nicht eines! So laut ich auch rufe und den Circus Pomponelli anpreisen, kein Mensch kommt schauen! Aber unsere armen Tiere können doch keinen Hunger haben! Ja, natürlich nicht! Aber wir haben ja bald selber nichts mehr zu beissen! Wenn keine Zuschauer kommen, die Eintritt zahlen, dann haben wir auch kein Geld! Und wenn wir kein Geld haben, wie sollen wir denn das Futter zahlen? Und der Zauberer? Der Go-Go-Guru-Guru? Kann uns der denn nicht helfen? Oh, Gabi, mein Kind! Das ist gar keine Liebe! Weil ich ihm für seine Zauberkunststücke nicht so viel Geld gegeben habe, wie er wollte, tut er uns in letzter Zeit mehr zu leiden als zu lieben! Aber warum will denn der noch Geld von uns? Wenn er doch alles zauberen kann, was er nur will! Weil er eben selber Zirkusdirektor werden will! Er will mich vertreiben, dass dieser Zirkus nicht mehr Zirkus Pomponelli, sondern Zirkus-Guru-Guru heisst! Aber gell, Papi? Wir geben ihm unseren Zirkus nie! Sicher nicht, mein Kind! Du musst keine Angst haben! Ah, guten Tag, Herr Direktor Pomponelli! Tagli, Gabi! Guten Tag, Guru-Guru! Salut, Zauberer! Ich habe ein Wort zu sprechen mit euch! Und das wäre? Geld! Was für Geld? Der Direktor Pomponelli fragt, was für Geld! Ich will jetzt meinen Klüter! Oder es geht dem Zirkus Pomponelli traurig schlacht! Ich habe lange genug gewartet! Jetzt ist Schluss! Jetzt wird der Lotter Zirkus verzaubert! Jetzt sage ich einen Zauberspruch! Jetzt Pentorfzy. Drei لكن! Saga bräufig… Kochen! Saga fort! eingeladen, Saga fort! Das zeitlich beträumt! Es fehlt dir amennialkan im Moment … Jetzt muss ich reklamieren, jetzt muss ich protestieren Die Höhe Tieren, mich und einmal mehr wille provozieren Jetzt muss ich reagieren, muss ich alle pürmanisieren Ihr Ranz ja gerne so, drum ist jetzt sich für heute kassieren Ihr seid so arme Sechen, dann können wir nur das Gleiche Von neuen Kösten von den Armen überreichtern Abzachten können wir steigen und neue Wirtschaft ziehen Wer von der Menschheit wird mit Nüge zurückbleiben Ja, es geht nur darum, es geht nur darum Es geht nur darum, wo es etwas zuhle gibt Nur darum, Dach zu und wer der Kohle tönt Nur darum, muss ich heute etwas verändern